ja hallo herzlich willkommen zu einer neuen folge russian fishing 4 mit dem underwater frank heute wollte ich mal mit euch so ein bisschen auf die baitcast routen eingehen und baitcast rollen ja das sind quasi die casting rollen also die sind im gegensatz zu den stationär rollen sind die oben auf der route drauf und ihr seht auch schon hier an der route die die ringe sind auch oben bei der route und die sind halt relativ groß rollen wie hier schon seht und was halt der vorteil auch ist bei den routen und bei den rollen die schnur nutze ich halt wirklich wesentlich langsamer ab also wenn ich jetzt hier mal gucke das kugellager und die spule habe ich bisher noch nicht ein einziges mal repariert immer nur die bremse getriebe und schmierung schmierung ist immer ganz ganz wichtig damit sich halt spule und kugellager nicht so schnell ab nutzen und also wenn die schmierung halt quasi bei fünf prozent macht dann nutze ich quasi das restliche auch weniger ab ja ganz wichtig halt getriebe und schmierung könnt ihr jederzeit reparieren weil das sind verschleißteile also das ist wirklich desto mehr prozent desto teurer wird das spule rollenbremse und kugellager sind halt austauschteile deswegen jetzt hier die bremse die werde ich so bei zehn prozent auf jeden fall wieder austauschen kugellager denke ich mal auch so bei zehn prozent und spules fast noch gar nicht verbraucht ja und jetzt gehen wir mal in den shop also wie gesagt also was halt ein bisschen anders noch ist also ich finde zum beispiel dass ich mit der casting jetzt bevor die sehr große patch kam ein stück weiter auswerfen konnte als zum beispiel hier mit der super duty die hat natürlich auch ein höheres wurfgewicht gehabt 25 bis 100 gramm meine casting route hat jetzt hier 15 bis 50 gramm wurfgewicht jetzt gibt es ja dann auch die ganzen neuen köder hier da gibt es jetzt einige neue zum beispiel wo ist er hier habe ich jetzt gerade auf der route aber hier zum beispiel der suturi 46 gramm ist natürlich dann schon optimal auch man kann natürlich wesentlich weiter auswerfen die alten köder hatten so 19,5 es gab noch selbst hergestellte köder 25 gramm welchen ich euch noch mal zeigen wollte genau den habe ich hier auf der route drauf den hunter der geht momentan auch sehr sehr gut der hat 26 gramm ihr seht mein wurfgewicht bei der route ist jetzt 15 bis 50 gramm dadurch kann ich halt wirklich schon ziemlich weit auswerfen also geht wirklich sehr sehr gut ja also wie gesagt casting route können wir mal durchgehen hier im shop also angelrouten gibt es denn hier unter bei beetcast routen also die erste die ich euch auf jeden fall empfehlen wollen würde wenn ihr das dann freigeschaltet habt dazu kommen wir auch gleich noch mal wenn man casting und casting also casting routen und castig rollen freischaltet wäre die super duty die ist auch noch sehr günstig sage ich jetzt mal die hat jetzt 31 kilo hat hier empfindlichkeit 4 von 10 aktion schnell power 8 und robust hat extra hart hat wieder ein bisschen mehr wurfgewicht aber gut das mutter jetzt erhöht das ganze also dass man jetzt halt ziemlich weit werfen kann ja das wäre quasi so die erste die ich euch empfehlen könnte ich habe hier die model one casting habe hier die 15 bis 50 gramm die hat 35,5 kilo und war mit der bisher sehr zufrieden als nächstes und denn hier zum beispiel die heaven creek aeros das ist aber mehr sonne ja mehr sonne ja wie soll man sagen also ultra leicht ist es jetzt auch nicht aber ist mehr so ein mittel ding also hier seht ihr schon zum beispiel aktion ultra schnell ist halt so dann gucken wir mal was gibt es hier sonst noch die armada die kostet natürlich schon wesentlich mehr die barracuda gibt es noch die black edition gibt es ja auch noch die haben auch unterschiedliche werte drauf hier zum beispiel plus sieben prozent spin fischen hier zum beispiel handhabung des wobblers ist auch nicht verkehrt ja wenn man das noch mal extra punkte drauf hat was das bin fischen betrifft zum beispiel wir gehen jetzt mal in das bin fischen rein zum beispiel wenn ihr jetzt die jerkbait montage und die jerkbait route ihr seid jetzt meinetwegen bei 93 prozent und ihr wollt jetzt halt mit dem mit den jerkbait montage angeln das geht wirklich nur mit einer jerkbait route und da müsst ihr auch wieder extra skillen das ist nicht im zusammenhang hier mit der mit der castingroute weil wenn ihr spinroute sieben punkte rein macht habt ihr automatisch castingroute auch sieben punkte baitcast rolle müsst ihr natürlich extra skillen jerkbait route ist auch die baitcast rolle also die jerkbait route benutzt auch die baitcast rolle ja und wie gesagt wenn ihr die 7 prozent spin fischen habt klar die ganzen montagen schaltet ihr alle frei aber wie gesagt nicht die jerkbait montage und nicht die jerkbait also das nochmal zur info ja also wie gesagt ab 60 prozent schaltet man hier 50 50 war das 60 oder 50 50 war das genau ab 50 prozent schaltet man die castingroute und die baitcast rolle frei wie gesagt stationär rolle hat damit denn nichts mehr zu tun wir gehen noch mal in den shop rein also kann ich euch auch nur empfehlen das auf jeden fall zu skillen die rolle und gute route habt ihr wahrscheinlich schon wenn ihr in spinroute schon was drin habt ja und dann kommt zu den rollen also was ihr euch empfehlen wollen würde als erste rolle wäre glaube ich mindestens diese hier die zahlmann black box die gibt es hier am langen graben zurzeit für 1600 die hat 11 kilo und hat hier zum beispiel auch schon so ein schnurzähler drauf also das ist auch ganz cool coole sache auf jeden fall aber die 11 kilo das würde ich euch schon mindestens empfehlen weil ja und unter 11 kilo braucht ihr da glaube ich nicht großartig anfangen mit den castingrouten ja das ist quasi hier mit dem schnurzähler wichtig auch immer mindestens eine 6000er vielleicht nehmen weil ihr braucht ja auch ein bisschen schnur darauf die bremse wirkt sich auch aus wenn ihr eine 5000er größe habt ist die bremse auf jeden fall nicht so stark wie bei einer 6000er ich habe zum beispiel hier die siberia steelhead mit der 6000er die kostet zum beispiel am 20er see 2890 so in dem schnitt würde ich euch auf jeden fall auch empfehlen lieber auf die 16 kilo zu sparen als auf die 12,5er also 16 kilo macht auf jeden fall sehr viel spaß ist eine sehr schöne rolle reicht auch dicke für ein 20er aus für ein 24 habe ich bisher so jetzt noch keine probleme gehabt aber klar wenn da so ein schwerer welz beißt oder so ein 40 kilo stört dann wird das nachher auch schon knapp und dann geht es nachher hier weiter hier seht ihr schon 11 bis 13 kilo 13 bis 15 17,5 hier die hat zum beispiel 23,5 die hier kostet natürlich immens viel und das ist dann hier quasi die größte die time on rocket 27,5 ja das ist auf jeden fall eine sehr sehr teure sache also das ist ja und die die rollen hier zum beispiel die low profile das sind mehr so ja sind sind auch multi rollen aber ja vielleicht denn doch eher so für ultra leicht irgendwie die gehen hier bis 9 kilo 7 kilo 4,5 also davon habe ich jetzt selber noch keine ausprobiert ja und ansonsten was gibt es sonst noch zu sagen zu casting also mir macht es auf jeden fall sehr viel spaß mit der steelhead bisher und ja also das war dann erstmal so meine meine info jetzt zu den casting rollen casting routen ja alles klar dann erstmal vielen dank und ja euch noch einen guten rutsch und dann sehen und hören wir uns ja wahrscheinlich also wenn ihr lust habt mit einzuschalten am 1.1. bei twitch wie underwater frank ob ab 17 uhr und ja ich freue mich auf jeden fall euch noch einen guten rutsch und dann bis zum neuen jahr tschüss tschüss